Hallo, Katja Schleicher, Kommunikationstrainer und Sprecher, Speaker genau zu diesem Thema. Egal ob es nun um agile Kommunikation geht, narrative Kommunikation oder interkulturelle, das ist das, was mich jeden Tag aus dem Bett treibt. Dafür zu sorgen, dass das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt, bei all meinen Kunden. Denn dann wird es nachher besser, auf der Bühne, aber auch in der Präsentation, aber auch in der Kommunikation, im Team. Alles buchbar bei Karin Borja, wenn es um das Thema Kommunikation geht und die Wirksamkeit derselben, damit das Wort Wirkung zeigen kann und das Herz dem Kopf die richtigen Worte in den Mund legt. Buchbar bei Karin Borja, Katja Schleicher.